Wenn du ein Foto machen willst, musst du den Boll nach unten gehen, auf Fotostreifen, dann machst du da ein Foto. Wenn du ein Foto machen willst, dann bling, bling, bling. Und dann machst du ein Blick. Trink nochmal bling. Warum bling? Das ist so bling. Bling, bling, bling. Du musst du einfach nur Sauerstoff atmen und gelegentlich Alkohol konsumieren, dann passt das. Ja, aber, hey, Unkippen, hab ich schon was gemacht, ich hab mit mir so einen Lohrkampf nicht Unkippen bin. Du bist vorhin nicht selber gelandet. Ja, sorry, no risk, no fun, oder? Da brauchst du mich aber nicht drauf. Du bist doch extra Luftanhaltung, oder? Einiges Feuer. Ich hab gehört, beim Sex, soll das manchmal ganz toll sein, wenn man einem die Luft abdrückt. Wolltest du das probieren für alle Leute? Boah, hey, klar, wenn du dich schon sagst, dann war ich so ühhühhühhühhühhühh! Hahaha, da liegt mir schon ein Weg, ich freund mich so ühhuhu, huhhuhu, huhhuhu, heiliges Feuer. Scheiße, das will ich hier gar nicht machen. Ah, das war du. Natürlich. Hast du gesehen? Ich rücke dich. Ich muss was rücken. Oder war das mein Alkohol? Wow, wie was denn? Wir rücken uns noch jetzt an. So, guck mal. Mach mal wieder heiliges Feuer. Ne, ich mach heiliges Feuer. Ey, was machst du? Ich komm schon da. Ein niederstleider. Die Dötchen suche ich mit dem Stau. Was, du arge Scheiße. Das ist ja meine Arme zu. Die Baracke. Das war grauenvoller Eifensprecher. Das war ein Machen. Das war ein Machen. Das war ein Machen.